Es ist die Indien Railway. Ja? Ja. Also... Die größte Firma auf der Welt... ... ist... ... ist... ... ist... Die größte Firma in der Welt ist die Indische Eisenbahn. Wir kommen jeden Tag 75 Züge vorbei. Die Container. Die Container. Die Container. Die Container. Ein Riesen Ding. Nersk, Zeeland. 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 Ja, sehr gut.